hallo mein lieben freunde und willkommen zu einer neuen folge von let's play ja wie heißt das ding shell shock live natürlich natürlich heißt so und zwar heute mit dabei ist der pedo und meine wenigkeit der junge also wir spielen jetzt gleich weiter und zwar den team habt ihr natürlich auch schon angemacht das ist ja deswegen klicke ich hier mal auf ok und los geht's ok unser dorky unser bk unser bums club was ein klub bekommt über die ist voll der feuerballjugend über die ist voll der feuerballjugend über die ist voll der feuerballjugend oh nein ich hab gar nicht gesehen was für eine waffe ich hab nur ein earthquake was alle ziehen zu ihm rüber auch geil der war geil wer hat das ding gemacht hallo ist das geil hallo ulu unity voll auf voll auf dem präsenter junge ich treffe ja sowieso nichts hier unten ey wir kommen wir nicht herum was was ist das denn für ne scheiße gut gezuckt junge gut gezuckt so was machen wir denn nun auf dich weil nicht auf dich er steht halt zwischen den beiden voll auf so einem stab hallo oder da wäre es ja voll hinten geschützt hallo 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 hast du auch die schlange geschossen weiss nicht nicht ach so hallo 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 ja ce hallo 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 ab nap purpose hallo d hallo nano ja hallo na Dann teleportiert er sich in die Fasse. Ey, geh weg! Wie er einfach übes Schiss kriegt. Warte mal, ich schenke euch mal Blumen, Junge. Junge, Blumen. Ja, das wird nur mischt, mein Schiss. Doch, der wird richtig geil. Oh, ich brenne mich selber ab, jawoll. So, fahr mal ein bisschen weiter weg, Junge. Alter, wie sie alle hin und her zucken hier. Was haben wir denn hier alles? Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt genommen hab. Ah, machen wir das hier. Feuer, Junge! Ich schieß grad voll scheiße. Meine! Die haben nicht mehr viel Leben. Ja, das ist Sinn und Sinn des Spiels. Alle gehen auf mich, das ist ja unfair. Nein, tu ich nicht. Herzliches Glück, Mensch, darfst dabei sein. Mensch, darfst dabei sein so nicht. Ja, ja. Herzliches Glück, Junge. Oh, 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 oh. Hä? Ey, nimm das Ding weg. Der hat doch noch getroffen, schön. Ich hätte das Loch, Junge. Nimm, nimm dein Ding von mir weg, Mann. Ich komme nicht weg. Der Lehrer hat gesagt, du darfst das nicht da reinstecken. Tut mir leid. Oh, du musst das für einen Spucke. Der war ohne dasselbe. Du hast 5 Amor. Und du hast sie nicht gesehen und hast sie nicht gehört. Und? Und du hast sie nicht gehört, Mann. Wo ist denn eigentlich jetzt die Musik hin? Oh, Mann. Nein, nein, ich hab mich selbst... Jawoll! Jawoll! Haha, Patsy wär tot! Das war zwar nicht so geplant, aber es war trotzdem gut, ich hab die Clips gekillt! Ihr seid ja solche Schweine! Maaannn! Patsy und Unity down! Und ich hab volles Leben! Haha, no, viel zu weit! Uuuuh! Hä? Geil! Jetzt gib mir doch mal... Aaaaaaaaaaaaaah! Ja, Darki, ich glaub, das hat im Regolf schon erst Leben, ne? Hm, nö, nicht richtig. Du, äh, sorry, ihr seht jetzt gerade eben den Music Box! Aber... Ja, wieder zu weit! Alter! Boah, der war gut, der war gut, der war gut! Weißt, es ist so nicht verdient, dass Darki noch lebt! Hä? Ähm, wo ist denn... Ja, du schießt immer daneben! Ja, irgendwie schon, ne? Darki, jetzt streng dich mal an hier, verdammt! Ja! Es wird sich angesprochen! Das trifft euch! Warte! Ähm... Danke! Hm? Twinkle! Na, klasse! Daran hab Schütze gedacht! Nein! Ja, geil! Äh... Twinkle, Twinkle, Little Star! Ja! Ja, scheiße! Ich komm ja nie da raus! Oh! Das liebes geil! Mach mal so! Ach, ich hab schon wieder... Oh! Der Pfeil hat ihn leider geschützt! Ja, Mann! Boom! Das Kraftwagenfahrer! Kann man nicht fahren! Ich will fahren! Jungen! Fäuer, Mann, Jungen! Meine! Oh, nice! Nicht zurückfahren! Nicht zurückfahren! Ist verboten! Ja, nicht zurückfahren! Na ja, wirklich, wirklich viel bringt das aber auch nix, ne? Also... Wär das trotzdem nie überlegt! Riesengroßer... Feuerball! Darkie würdest du eben angibst! Nein! Ich glaub, Darkie will das verlieren! Toll den Sprenklerstrahl, Mann! Toll! Ich glaub, sogar Darkie will das verlieren! Darkie! Einfallswinkel! Einfallswinkel! Ja, Ausfallswinkel! Das klappt irgendwie nie! Junge! Junge! Nein! Hahahaha! Hahahaha! Aber ich hätt dich getroffen, ne? Oh, warum hätt ich so'n scheiß Teleportsation... ...gedönst? Alles klar! Can be down! Can be down! Das ist's doch! Auf! Auf! Oh! Oh! Warte, da kommt noch mal! Da kommt noch mal! Nein! Hahahaha! Jawoll! Wie scheiße kann's eigentlich laufen, ey? Just prank throw that camera! Hahahaha! What?! Prank's gone wrong, Mann! Jetzt aber! Jetzt aber! Oh, was schieß ich denn jetzt? Wollte ich doch auch nicht! Nein, Mann! Oh, Darkie! Schreng dich doch an! Du musst nur einmal treffen! Genau! Komm, jetzt reiß' endlich weg hier! Okay! BANANA! Wollte das Spiel nicht so spannend halten! Nein! Ja! Was denn nun? Jawoll! Hahahaha! Hahahaha! Was ist denn hier los? Hahahaha! Wo soll ich jetzt hinschießen? Hahahaha! Hahahaha! Das wird bei mir auch nix! Also von daher mach dich denn den Boden! Junge! Höh? Höh? Was war das denn? Wie glaubst du denn nicht ins Bote getroffen? Höh? Höh? Ja klar, der kommt noch! Höhem! Weil ich manchmal kein Bock hab nachzudenken! Oh, na die Waffen! Gut, Mann! Ist überhaupt nicht langweilig, Leute! Junge! Junge! Hahahaha! Fuck! Nicht dein Ernst, ey! Nicht dein Ernst! Ja doch, Mann! Schönes Rünschen, schönes Rünschen! Ja, auf jeden Fall! Doch! Weiß Pedro mehr! Fünfundsiebzig Punkte! Jaja! Schönes Rünschen, schönes Rünschen! Hahahaha! Hahahaha! Okay, sieht interessant aus, die Waffe, die ich jetzt neu gekriegt hab! Weapon Unlocks! Hahahaha! Hahahaha! Was? Weit mal Upgrade? Helikopter? Irgendwas? Was? Was? Wollt ihr fliegen? Alter, ich hab ein Upgrade für den Airstrike gekriegt, Maaan! Ich hab jetzt ein Helikopter-Airstrike! Ich hab grad Hühnchenbeinchen bekommen, was denn hier ist los? Na Chicken Wings, Mann! Boah, geil! Und wenn ich vor, ob das Spiel ausser heute nochmal zu spielen, müssen wir sagen, dann spiel ich das durch! Also das hört bei mir grad gar nicht mehr auf! Das schaltet bei mir grad sämtlich ein Kladderadatsch frei hier! Ja, na du kannst unten auf Vorspulen klicken, ne? Also ich weiß! Doppel-Pfeile! Doppel-Pfeile! So, also ich habe jetzt ein Weapon-Upgrade für, äh, wo ist denn hier, Airstrike? Helikopter-Strike nennt sich das Ganze! Wo kann man das gucken? Bei Weapons, ne? Ja, bei Weapons! Aber was das jetzt für nen Unterschied macht, weiß ich noch nicht! Die A-130! Ja, ich hab Helikopter jetzt! Helikopter hab ich jetzt! Ähm! Helikopter, äh, gibt's und danach gibt's die A-10, A-130 und dann A-130! Und dann A-130! Ja, genau! Also wie gesagt, wir sind noch ganz am Anfang, ne? Genau! Und wie man sieht, äh, es gibt auch überhaupt nicht wenig Waffen! Zwei, zwei, drei! Man, so können sie mal gut das, äh, Traveller! Siehst du deine Sackchen? Ich habe jetzt eine Mole Hill bekommen! Mole Hill habe ich jetzt gekriegt! Und es gibt ja auch oben hier, seht ihr ja, den Shot, den Big Shot, den Heavy Shot und den massiven Shot! Wie du willst denn raus, Tedo? Ich wurde gerade eben gekickt! Ja, gern geschehen! Hahaha! Wie ich dein Ernst, der hostet nämlich, deswegen... Nein, Unity ist Host! Achso, jetzt ist Unity Host! Ja, jetzt ist Unity Host geworden! Unity, lad mich mal wieder ein! Unity, du host! Wie mach ich das? Was soll da? Invite friends, würd ich sagen! Ich hab dich noch gar nicht! Unity, Mann! Ich kann dich aber auch einladen! Ja, genau, dann mach du das mal! Ich hab noch nicht mal Knurzball gekauft! Ach nee, mach mal, mach mal, mach mal! Dagi, mach du mal, weil ich bin offline bei Steam! Achso! Das wär schön! Naja, das wär so sehr schön! Mit ich nie irgendwie wieder in-game jetzt bei Aufnahme irgendwelchen Oristen kriege! Naja, alles klar! Mit Vollklang kann ich mal legen! Hä, was ist das denn für ein Fehler? Ich bin ja auch offline gesetzt! Alle Freunde! Hier! Wo ist er da? Ich geh mal online! Wo ist ein Petzi Beer? Jetzt find ich wieder da! Ich war offline! Du Affe! Dude! Warte mal zu diesem Spiel, zu diesem Spiel einladen! Du sollst Random Map lassen, Mann! Heide, Franz! Okay! Random! Das ist gar nicht mit dir! Das ist nicht random, Mann! Hast du die Einladung? Ja, ich komm schon! Alles klar! Oh, du bist gekommen! Da bin ich wieder! Warten mal! Redzi! Redzi! Alles Redzi! Warten mal! Warten mal! Warten mal! Kicking in 32, 31! Was? So Leute! Ich gewinn da mal noch ne Runde! Ich steh in die Runden, da geht's! Ja! Ja guck, dass die Map sich hier ausführen wollt! Die Jungen! Okay! Lustigerweise kann ich gleich mal meine neue Waffe testen! Oh nö! Nicht auf mich! Das sag ich dir noch nie! Oh nö! Er zählt schon voll auf mich! Du kriegst Banane, Junge! Wo ist meine Banane denn? Wenn du das nicht weißt, wo sie ist! Wer kann helfen, Junge! Junge! Treff dich trotzdem! Mach dir keine Sorgen! Hey! Darky! Überraschung! Nein! Boom! 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 Hey! Darky! Wir können Freunde sein! Okay! Also gegen Knusper! Gegen Schädel! Na! Warum? Bloß weil ich EINMAL gewonnen hab! Ja! Ja! Alter! Geh! Jetzt hör dich dann wieder voll auf den Sack der Arme! Wanne! Bloß weil ich EINMAL gewonnen hab! Ey! Du schießt ja mit Steinen! Feuer Junge! Feuer Junge! Boah! Hä? Wo hab ich denn hingeschossen? Oh! Überraschung! Alter! Wo bist du hin, Mann? Komm zurück! Aua! 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 Schön, Alter! Portal Kill... Skill irgendwas hab ich grad... Boote gekriegt! Ah, das klappt! Alter, geil! Aua! Aua! Boah! 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 Taki! Was denn? Ich hab's grad abgeschossen! Der ist ja gemein, oder? Das muss ich so nicht akzeptieren! Ich hab Darklitter getroffen! Ey! Fahr mal weg von mir! Das hinfahren ist nicht so das Problem! Boah! 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 Das ist so... Ich hab's mal ein! Ja, und dann kommt er jetzt nimmer raus! Wir können aber pointig sein! Was? Alle verbünden mit dir, damit du gewinnst, oder was? Ich kann nix machen, solange die... ...so lang die scheiß Steine vor mir liegen! Oh ne, ich glaub' ich treck mich selber! Jawoll! Ach, Arma Unity! Ah, Mann! eine zielte titze meine fische kaputt geschossen mit deinem schiff nur das könnte passiert versehentlich natürlich natürlich ja ja da zielt auf mich der junge ja 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 das ist schön Junge, ich kriege ein Slam-Bak, Junge. Ich bin Slam-Dog Millionär, Junge. Aua, aua, aua. Jawoll. Ihr habt doch einen Schaden habt ihr mal. Ich bin nicht der schlechteste. Bei euch spiele ich nicht mehr, wisst ihr das? Seid nur zu uncool. Back-Roller, Feuer, Junge. Weil der hat noch komplettes Leben, der Typ da unten. Danke, dass du es sagst, ich habe in dem Moment... Ey, du Pärner, Junge. Ich habe jetzt noch nicht auf dich geschossen, weil du gesagt hast, tolles Leben. Hat er doch, ist nicht gelogen. Ja, Mann, das stimmt nicht wirklich. Mann, Paul, ey, Mann. Viel zu weit, viel zu weit, oh, viel zu weit. Ach, schade. Wie kann man euch beide, beide verpassen? Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Keine Ahnung. Was macht keine Ahnung? Hol dir das Lebensverkehr und double damage und versuchen... Ja, will ich doch. Will ich doch mal. Hier, Junge. Oh, 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 oh Feuer, Junge. Ja, ja. Ah, verdammt. Ey, das war jetzt so. Das ist natürlich geil, dass das Lebensverketten in dem Kreis kommt. So schlecht war das jetzt gar nicht. Machen wir hier, Banana! Ah, nee, halt. Earthquake. Ups. Ups. Lalalalalala. Lalalalalalalalalalalala. Boah, heute von der Arbeit heimgetockert. Na, und chill. Die ganze幾ende Ohren. Alter, war voll getchillt, ey. Ich hab nur Scheißschüsse. Schüsse Scheiß Schüsse Ja die Banane die die lässt irgendwie auf Zeit ihre ihr innenleben blumsen nach irgendwie zu... Ja mann! Jetzt hab ich Angst Hahaha Ja mann! Alter, tot bist du Junge! Junge, umbring, umbring Junge! Guck mal, guck mal, umbring Junge! Hahaha Alter Ach mann So mal gucken, wovon's kommt Auf Feuer du Affe! Ja ja! Ich frag mich grad wo meine kleine Mietz hin ist Scheiße Nice Hits Katz Meine Muschi ist weg Hahaha Knuspros 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 Mischi ist keine Gann Wo ist mein... Oh der war ja gut Wo ist meine Muschi? Man, ich find die nicht mehr Hahaha Wappens Ich versteck mich jetzt hier, oder? Exakt So Schau Hahaha Voll getarnt, Alter Ja eben Du musst bloß deinen Ständer da noch ein bisschen anpassen Scheiße, das war zu viel Nein! Ach halt Es ist ja so Warte mal, das ist ja so Das ist ja so Ach scheiße, ich kann jetzt hier oben nicht lang schießen Längs, ich muss längs Nein! Ach mann Komm zurück Los Triff ihn Ja Du Affe Drück 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 Der ist doch schon kaputt, ich weiß nicht warum du auf den schieß Ich weiß kaum nicht, was der von mir will Das wirst du jetzt gleich auf, oder? Mein Exter Ich hab diese Ding gleich völlig rein Was ist das? Toll Wir wollten die Folgen erst nach 22 Uhr raushauen, ne? War doch so, oder? Ja Ah nee Oh mann, können wir jetzt mal killen Ja, mach ich doch schon Ach mann Nice shot Löffig Naja gut Löffig Du bist schon freigeschaltet Sind wir schon soweit? Ja, wir sind schon soweit Guck mal, ich hab 18 ganzen Damage gemacht Junge 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 die 18 Knuspergob 26 Junge Ich hab mehr Pädoyer Ich bin Global Rank 2 Ne, warte Jetzt hab ich schon Global Rank 1 Ich bin einfach der Pässe Global Rank 1 Ich bin einfach der Pässe Alles klar Alles klar Ich bin 235.679 oder so Ich bin 202.000 irgendwas Muah Also gut, meine lieben Freunde Dann würde ich sagen Bye bye, meine lieben Freunde Und bis zur nächsten Folge von Shellshock Live Mit dem Unity Achso, tschüss Dem Pädoyer Jo, machts gut Dem Knuspergob Joa Und meiner Wenigkeit dem Darky Priest Danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Tschüss Machts gut Leute, tschüss 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 Ja, tschüss